Ja liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 nach der kurzen letzten Folge, auch wenn sie nur eine knappe Viertelstunde ging, geht es heute weiter mit der nächsten Mission und zwar mit Lester. Ja, es geht mal wieder mit der guten alten Letzter Schwester an den Start und wir sind glaube ich mit Michael, ja wir sind mit Michael unterwegs, genau, der in der letzten Folge aus der Fabrik entkommen musste mit Hilfe von Franklin und dann dem guten Salomon auch geholfen hat und zwar Rocco zu erledigen, der da irgendwie scheinbar nichts besser zu tun hatte als den alten Mann zu schlagen. Meiner Meinung nach hat er den Tod an den Moment auch verdient, zumindest auf der, auf Michaels Weise, klar, gibt es andere Methoden, wenn es so passiert wäre. Moment, da steht mein Auto, ne? Ja, mein Auto ist da, beschlagnahmt, von wegen. Was soll ich denn jetzt aber näher und wissen, was für ein Auto? Ach, scheiße, die Karre. Was sind beide, du? Was sind beide scheiß drauf? Gut, ausnahmsweise mal keine Kost für mich. So, wir fahren jetzt zuletzt das Fabrik und dann geht's weiter. Weil die habe ich vom Büro da schon mal zu Besuch sind oder was? So. Genau, einparken an der Michael. Was geht denn? Oh, ich bin einfach ein kleines Läber-Dispute. Wir sind jetzt etwas wirklich, wirklich schlecht. Was? So, ich muss mich als ein properes Textil-Magnet. So, du hast nichts gemacht? Nichts sieht mehr auswählen in Amerika, als jemand, der eigentlich bereit ist, um etwas zu machen. Jesus. Was für dich? Oh, Pocken, Traber. Wir haben ein paar Probleme. Brad. Ja, was noch? Insofern, der Unions-Depository ist aufgrund für heute. Wir können es nicht ohne ihn, besonders jetzt, dass er weiß. Danke Gott, dass ihr hier seid. Du allein bist? Davy, wo ist dein Freund, Steve? Er ist auf seinem Weg nach. Ja, sie sind hier. Hör, die Scheiße sind auf den Fan. Unsere ganze Leben zusammen haben nichts, sondern eine Reihe von Fan und Scheiße. Sorte diesen Problem für mich, und ich werde den Leisure-Ware aus deinem Kopf. Und wenn wir nicht? Dann werde ich in die Kirche gehen, und du werdetest. Ah, mach dich, Dave. Ich habe das alles schon gehört. Nicht so wie das, du hast. Hat er dich gegriffen? Oh, ja, er hat. Er hat uns gesagt, dass wenn wir tun was du sagst, dann zusammen wir können den großen, schlechten Wolf-Wolf-Wolf-Ware. Ja, und wenn du nicht? Wir werden alle sterben. Weil die Agenzie ist mit uns. Ich habe sogar ein paar Leute in unserer eigenen Büro, die fragen, meine Methoden. Ich bin... ... ein Liar! Ein Liar! Ein Kind von Körner und ein Thief! Also? Also, es gibt ein paar... ...eventen. Und ich brauche euch, die Leute, zu finden, was sie wissen. Okay, also, was? Wollen wir Lester hier, um die Systeme zu hacken, und alles wegzuhren? Oh, nein, nein. Das wird nicht funktionieren. Das ist doch mal ein Plan. Das ist das letzte, was wir tun haben. Und wir sind fertig. Natürlich! Ich bin ein Mann von meinen Worten! Dave, lass' gehen! Komm mal, Lester, lass' gehen! Ja! Ja! Steige dein Auto! Das war das, was mein Auto! Das ist auch so geklaut! Na gut! Ein Janitor! Okay! Und wie wird das uns in? Die Janitorinnen sind alle auf Temp-Kontrakt. Sie werden verwendet, wenn ihre Beine gehen, oder sie haben einen Tag geholfen. Also, wir finden einen dieser Leute, wir stellen ihn, und das ist unser Ende! Okay! Ist er ein spezieller Mann? Ich bin in der Temp-Kompanyi, und jetzt habe ich einen Mann, die sich um die Klocken aufzuhren. Hier... ...haha... ...Harvey Molina, Lichensplatte 83 QSL 722. Wenn wir ihn folgen, und sehen, was wir denken. Sieht gut! Hier sind wir! Lass' warten auf ihn! Okay! Warte auf das Auto des Hausmeisters! Ah, dann ist das die Mission! Okay! Ich weiß, welche Mission es ist! Die ist cool! Da kommt mein Auto! Nö! Scheinbar nicht! Nö! 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 Da kommt wieder ein Auto! Nö! Töger? Nö! Das ist nicht das Auto das wir uns forschauen! Es ist schwer zu motivieren auf ein jobb mit ohne finanziellen Anfektion! Du kannst nicht nur auf Freidemien! Das Spur wird nicht da drin für die frange! Ich werde fragen, Herr Haines, für ein Budget! Vielleicht in dem Geld von Polito Besucher! Dann brauchen wir etwas! Na komm, da kommt ein Auto. Okay, das ist okay. Folge dem Hausmeister. Okay. Hey, ihr mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work-related. Yeah, well, I prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You wanna break into the FIB's West Coast Headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. Now, let me work on some angles while you, uh, keep this car behind that one in between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. So, weiter geht die Reise. Ich lasse den Fokus mal auf dem Auto. Dauert jetzt einen Moment natürlich, klar. Uh, der geht weiter. Dauert jetzt noch einen Moment. Ah, ich würde den Motor fangen. Boah. Und hier so? Na komm, Kollege. Genau. Dräge dich wieder der scheiß Hybridkarre vor. Ja, ich muss den irgendwie beholen, ne? lauf denn mal. Junge. Hi Marian! How's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry! Look, I'm busy. Only when she needs something. Jesus. Ja, so sind manche Leute halt. So. War ganz vorsichtig. Folge dem Hausmeistern, seine Wohnung. Ob dir was so gefallen wird? Das würde mir äußerst spanisch vorkommen. Ich drück wieder an dein Auto. Äh, nein, nicht in diese komische Hybrid Carre da. Gut, dann fangen wir den letzten Mal zurück. Das war einfach. Ich glaube, du bist richtig. Steve Haynes ist ein schütziger Mann. Hey, ich habe Frank gebeten, als du da warst. Er ist gekommen, zu uns zu treffen. Ja, was wir brauchen ihn für? Bruntwerk. Information-Gathering. Was Information? Die Pläne für den Office. Es gibt keine digitalen Kopie, aber wenn es da sind, ich bin nicht clever genug genug zu finden. Der Architekt ist LS-Base, so ich dachte, Frank könnte Teilen, ach, die Mission. Gut. So, da ist der gute Franklin. Hey, was ist das Problem? Steve fucking Haynes. Natürlich ist es Steve fucking Haynes. Es ist immer Steve Haynes. Das ist nicht ständig wahr. Sie sehen, es ist Steve Haynes, oder es ist Trevor, oder es ist seine Familie. Es ist immer einer von ihnen. Ja, das ist wahr. Es ist immer einer von ihnen. Well, battle, fuck, mit einer horrible Familie, und sogar worse Freunde. Ich sagte, Franklin, ich bin ein guter Modell. Ja, was, Frau. Es ist sowohl das, oder Dillon-Dine-Bag. Die Bullen kommen, zu deinen Schein. Ja, danke. Wir müssen, zu wissen, etwas über dieses FIB-Bus. Wirklichkeit, oder ein Weg in. Nächste Zeit, ich kenne einen Morley-Destitut, total delusional, highly corrupt government-agent. Ich hoffe, er ist ein guter. Mann, ich bin nicht in dieser motherfucker bei mir selber. Nein, 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 nein. Niemand geht in. Wir müssen ein paar Recon. Wir müssen ein bisschen mehr Informationen. Sieh. Ich brauche die Architekturale Plans. Aber sie sind nicht online, so ich brauche die Papiere. Der Architekt, der Name ist Chip Petersen. Das war seine erste große Kommission. und die Offizie ist in Backlot City. All right. Franklin, du sagst ihm für ein bisschen und dann reden wir. All right, ich habe dich. Ich versuche, dich selbst zu verhörern. Ja, gut, gut, gut. So. Bestanden, das Büro ausmisten. 44 Prozent, nichts mehr übrig, okay. Gut. Die nächste Mission ist mit Michael. Aber ich würde mal sagen, ich mache hier feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5 Story. Und dann haben wir eigentlich nur noch die Mission mit Michael offen, die für Michael auch bestimmt ist. Aber wie gesagt, das machen wir dann im nächsten Part. Bis dann und tschüss. Tschüss.